Herzlich Willkommen zurück zu meiner Let's Play Force Punk. Weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Glabur. So. Forschung läuft. Was hat man denn jetzt erforscht? Was habe ich denn jetzt gesagt? Achso, ja, Kohlegenerator. Genau, genau, genau. Dann haben wir den schon mal. Danach nehmen wir schnellere Sammeln. Denke ich, oder? Ah, ich denke, schnellere Sammeln ist dann schon ziemlich cool. Aber wir müssen ja auch hier Signalstation bauen für Leute losschicken. Aber ich fand, dass wir den jetzt erstmal haben, ist schon okay. Ja, Heizkörper und so müssen wir dann auch noch an den Arbeitsplätzen machen. Aber als nächstes haben wir dann Signalstation. So. Lass uns mal weiterlaufen. Brauchen wir jetzt ja sowieso nicht so viel machen, Leute. Da kann man jetzt eigentlich mehr zuschauen als alles andere. Signalstation, Start. Dankeschön. Sanitätsstation brauchen wir auf jeden Fall. Neben dem Generator, das ist am Anfang eigentlich ziemlich gut, wenn man das macht. Wir haben 14 Leute über, warum auch immer. Weil hier die ersten Sachen weg sind. Von Stahl. Stahl haben wir aber 90. Holz fehlt uns eigentlich so ein bisschen. Da ist voll. Mach mal ruhig weiter. Ist schon okay. Mach mal ruhig weiter. Passt dann schon. Meiner Meinung nach sollte das dann schon ganz gut sein. Denken, dass das gar nicht so einfach wird mit dem Saatgut hier irgendwie zu beschützen. Das Teil ist auf jeden Fall komfortabel, ja. So muss es sein. So, Sanitätsstation ist dann auch erledigt. Da bräuchten wir dann auch noch mal machen wir mal vier Reihen, Leute. Die wir überhaben. So kann der dann gleich behandelt werden. Ne? Er sollte eigentlich behandelt werden, aber irgendwie wird er nicht behandelt. Warum auch immer. Jetzt wird er behandelt. Neue Gesetze kann eingefügt werden. Zeig mal her. Ich hätte gerne Kinderarbeit. Es hört sich jetzt scheiße an, aber es ist halt einfach so. Aber ich darf dieses Gesetz anscheinend nicht erlassen. Dann haben wir noch den Friedhof. Müssen wir auf jeden Fall die Fabrikpläne finden. Okay. Okay, okay, okay. Dann haben wir einen Friedhof auch für die guten Bürger und Bürgerinnen. Kohle machen wir auf jeden Fall gerade nicht so den großen Wind mehr, ne? vom Gefühl. Der Friedhof wurde erfolgreich und jetzt die Hoffnung steigt. Das ist sehr schön. Wenn jemand stirbt, können sie sich zusammen wenigstens erfreuen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Friedhof gehört doch eigentlich auch zum Leben und fast dazu, oder? Ich weiß, andere Leute machen andere Sachen dazu, aber wenn man jetzt den normalen Stand nimmt, ist das doch eigentlich normal, oder? Sieht eigentlich alles ziemlich gut aus. Nahrung. Speisehaus. Wir müssen irgendwie noch Nahrung herstellen. Sonst wird uns das nämlich auch bald ausgehen. Aber gut, warten wir einfach mal noch ein bisschen ab. So, Signalschatzern haben wir. Wir gehen sofort erst auf die nächste Forschung. Entweder Heizkörper, Leute. Ich weiß nicht, wenn es noch kälter wird, bräuchten wir eigentlich den auch schon, ne? Machen wir erstmal den Heizkörper, dass die Arbeits... Aber wir haben ja noch nichts großartig an Arbeitsplätzen. Das ist eigentlich Bullshit, ne? Also, Bruchstoffe, das haben wir. Sägewerk und Stahlwerk. Schneller sammeln, finde ich, ist ein guter Ansatz, den wir benötigen. Boah, da wird's kalt. Dann haben wir minus 40, dann kriegen wir nochmal minus 30 Grad. Also, das ist schon ein bisschen angenehmer hier. Es läuft, es läuft, es läuft. Wir kriegen das schon gut hin hier. Will der nicht... Ah, halt. Halt, 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 halt. Der will gar nicht weiter sammeln. Äh, Kohle. Holz. 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 Kohlehaufen. Zack. Dankeschön. So. Der muss ja weiter malochen, weil sonst haben wir ja ein Problem, ne? Hier könnte ich eigentlich einen rausnehmen und zum Beispiel da nochmal einen erhöhen, würde ich sagen. Wir haben nur einen verletzten. Da werden wohl drei, äh, gute Ingenieure wohl für Reichen, also wäre gelacht, wenn es nicht so wäre. Wir haben noch 15 Leute über. Holzkisten. Ich muss bauen die Signalschätzung. Dafür brauchen wir aber 20 Holz und 35 Stahl, also das bedeutet, das kommen wir erst beim nächsten Mal. Gut. Es wird jetzt auf jeden Fall erstmal kälter. nächsten Tag. Kohle läuft. Also Kohle brauchen wir uns eigentlich überhaupt gar keine Gedanken drüber machen. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ich hoffe, dass wenn wir jetzt gleich die Minusgrade, da minus 10 Grad mehr werden, dass es jetzt nicht gleich unbedingt so ein großes Problem wird. Doch. Okay, es ist kühl. Weiße. Wie weit darf denn das sein? Okay, mindestens kühl, sonst gefriert die Sargut. Also das ist akzeptabel. Okay. Okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Wir brauchen Signalton. 20 Holz, 35 Stahl. Wir haben Stahl eigentlich total über. Egal. Sammel einfach weiter. Schneller sammeln erforscht. Sehr schön. Das haben wir dann auch. Jetzt. Ich weiß ja nicht, ob das was bringt. Arbeitsstellen. Ich weiß nicht, ob das da wir erforschen. Das ist einfach, was wir haben. Haben wir. Muss ich aber zusehen, dass ich ein bisschen spare, weil wir brauchen diesen Signalturm 20 Holz. Genau. Wir haben auch keine Nahrung. Das müssen wir auch unbedingt noch auf die Reihe kriegen. 20 Holz. Dankeschön. Signalstation ist eigentlich egal, wo die ist. setzen wir mal da hin. So. Dafür müssen wir gleich auch wieder Leute abtreten. An, ey. keine Ahnung, Leute. mal ein Arbeiter rausgenommen, vielleicht geht der da auch noch mit helfen. Polelager ist jetzt gleich voll. In der Meinung, wir nehmen mal den hier. Sagen ihn aus. Geh mal hier oben Holzkisten fahren, bitte. Danke. Für mich wichtig, weil, warum soll ich mehr Kohle fahren, wenn das Lager eh gleich voll ist und wir keine Ressourcen überhaben, die wir dafür benutzen können. Deswegen finde ich das eigentlich schon gar nicht so schlecht. Der bewegt sich zwar nicht, aber ja. Heizkörper erforscht. Wo haben wir sie jetzt bekommen? Okay. Jaja, jetzt nervt mich gerade. Das mache ich gleich. Danke. Da hin. An. An. Und an. So, danke. Das ist nämlich jetzt erstmal wichtig, finde ich, dass diese Stationen an sind. Speisesaal kann man in dem Sinne auch noch die Heizung anmachen. Jetzt können wir einmal uns das gerade angucken. Der Verbrauch. Wir stellen gerade keine Kohle hin, weil wir keine Kohle mehr haben. Wo Leute arbeiten, richtig. Richtig. Deswegen machen wir da mal Max. Wie sieht es jetzt aus? Wir machen immer noch ein bisschen Minus, aber ist schon okay. Aachen könnte erflieren, der wenige Tage verbleiben. Was noch? Alles klar. Ja, wir müssen welche herstellen. Wir brauchen fünf Mitarbeiter. Wir müssen sie ja herstellen. Das geht ja nicht anders. das haben wir. Werkstatt, bla bla bla, Rohstoffe, Nahrung, haben wir alles nicht. Wir müssen Technologie erforschen. Ja, aber wir müssen dann hier auf Stufe 1 gehen, um einfach das Treibhaus zu bekommen. Also, wir müssen jetzt zusehen, dass wir wirklich auf Stufe 1 erforschen. Leute, ich weiß, ich brauche das hier eigentlich auch noch, aber es bleibt mir einfach 50 Holz. Leck mich einfach am Arsch. Kein Holz. Hans Wurstkittel ist schon auf dem Weg nach oben. Ich hoffe, dass er ein bisschen schneller sammelt. Ja, wir brauchen 50 Holz dringendst. Okay, Dankeschön. ist da eigentlich noch an, aber du kannst jetzt auch eigentlich Kohle weiter haben. Wir haben eigentlich genug Kohle. Wir brauchen eigentlich nicht. Ich muss auch zusehen, dass ich Materialien bekomme für das Kohle. Kohlegenerator brauchen wir 15 Holz. Da müssen wir nämlich die ersten Kohlegenerator hier wirklich irgendwo platzieren. Müssen wir mal gucken, wo man den kann man leider noch nicht sehen, wo wir den dann platzieren, weil das ist auch wichtig. Wir haben eine Heizung, Teile sind jetzt auf jeden Fall schön gewärmt. Dadurch ist natürlich der Verbrauch auch extrem gestiegen. Extrem. Also da müssen wir uns jetzt auch noch ein bisschen Gedanken machen, wie wir das hinkriegen. Wir haben noch 95 Nahrung. Wir müssen die Stufe 1 auf jeden Fall erforschen. Da sind wir jetzt bei. Und dann müssen wir fortsetzen, Leute, den ganzen Kram. Meine Roboter, warum gehst du jetzt keine Holz mehr färmen? Keine Ahnung. Na, er farmt aber weiterhin Holz. Also auch in der Zeit, wo der hier unten die Animation hier hin macht, ist es eigentlich farmt er weiterhin Holz. So, die Speer sind da, erforschen. Rohstoffe neben. Wieder entdeckter Schatz, wir haben eine Stunde damit verbracht. da hat ein Brennofen, Rohstoffe neben. Halt, waren jetzt da. Kann ich nicht. Warum nicht? Warum kann ich jetzt nicht? Nein, Mal da hin, Dankeschön. So. Ähm, was ist das jetzt hier? Es ist gerade echt ein bisschen blöd, dass wir so wenig Leute haben, ne? Ja, 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 du kannst eigentlich raus und dann wollen ich mal noch mit Nazareth. Vielleicht benötigen wir den da, weil da sind jetzt drei Leute drin und wir können drei von fünf. Gut. Also in dem Sinne auch nicht so viel, ne? Wir haben jetzt in dem Sinne genug Holz, um Kohle teil zu bauen. Würde dann hier hinkommen. Ja, jetzt kann man die da drauf stellen. Seht ihr das? Kann man den drehen? Hä? Kann ich denn die Teile drehen? Weil eigentlich in meiner Augen müsste er andersrum. Jetzt kann man die nämlich da drauf bauen. Das ging nämlich vorher nicht. Okay. Das hat zu weit rausgesucht. Haben wir noch irgendwo welche? Hier auch? Ne, hier ist Stahl. Okay. Hier haben wir die Kohle. Da oben haben wir nichts. Okay, 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 okay. Ich hab's verstanden. Haben wir verstanden. Haben wir verstanden. das haben wir. Okay, 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 okay. 114 zu 95, 633, so langsam geht unsere Kohle auch nach unten. Wir haben drei Arbeiter über, weil das Stahl weg. geht ihr da hin. Haben wir überhaupt noch Stahl, Kohle, Holz, Holz, Kohle, Holz. Wir haben keinen Stahl mehr, Leute. Holz, Kohle. Also müssen wir als nächstes das Stahl erforschen. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Noch haben wir Nahrung. Wenn wir nur keinen Stahl mehr haben, dann haben wir wirklich eine Arsch Karte, weil dann kann man die ganzen anderen Sachen ja auch nicht erforschen. Also bringt es uns ja nichts. Also ja. Ist glaube ich ganz klug die Idee, die ich da habe. Mehr Speer? Nein, Rohstoffe, wir brauchen Stahlwerk. Es geht nicht anders. Ich muss Stahlwerk nehmen, Leute. da geht nämlich dann auch schon Holz wieder durch. Das wird uns dann auch nichts anderes bringen. Ja, wir können die Leute da sowieso gerade nicht gebrauchen, also können wir die eigentlich, machen wir die Kohle da voll. Kohle könnte er auch sammeln später. Holz geht da hin. Ja, jetzt machen wir wieder richtig viel. So gefällt mir das. Ich würde gerne einen da nochmal raus nehmen und doch nochmal hier was in Speisesaal rein machen. Ich weiß nicht, ob dann, weil da vielleicht auch keiner hingeht zum Essen, weil es ist ja der Speisesaal. Also keine Ahnung, kann ja sein. Die Unzufriedenheit steigt auf jeden Fall. Warum auch immer, es gibt Heizung auf dem Arbeitsplatz, vor ein paar Tagen hatten wir noch gar nichts. Vielen vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss.